Her und Willkommen auf meinem Kanal, Marcel, das ist morgen erst mal und zwar deswegen, weil es Fernfahrer 45 ist und wir jetzt mal Nürnberg fahren, auswärts, Kasslau, dann mal Stadion-Vlog zur Show vorbei, wir gehen jetzt rein ins Auto, bis dann. Wir müssen uns beim ersten Halb stehen, weil wir ein Tankethema zerbrötchen, ja, sie ist auch dabei, hier, fahre ich auch, Hallöchen, jetzt noch nicht ein paar Ausschnitte von der Fahrt, jetzt noch nicht beim Stadion, aber beim Halbier kommt an, wie ist es auch schon, wir sind drei Stunden fahren, ja, sie, hallo, Hallöchen, da hinten, hallo, hallo, wie ist der Tag. Wir sind jetzt in Nürnberg angekommen, suchen sie noch ein kleines Spot, um was essen und dann machen wir uns wahrscheinlich auf dem Weg zum Stadion, schon ein bisschen schattern. So wie bei jedem Stadionvlog bei mir gibt es wieder eine Voranalyse und Datencheck und zwar heute spielt der 1. FC Kaiserslautland gegen den 1. FC Nürnberg und zwar im Max-Morlock-Stadion. Der Namensträger vom Stadion Max-Morlock ist auch der Spieler Max-Morlock, der mit dem FCN mehrere Titel geholt hat, zweimal deutscher Meister geworden ist und Fußball-Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft geworden ist. Daher kommt der Name Max-Morlock. Kommen wir jetzt auch mal an den Statistiken. Insgesamt gab es 73 Partien aufeinandertreffen. 26 für den FCN, 15 unentschieden, 32 für die FC Kaiserslautland. Die letzten 3 Spiele waren im Cup dieses Jahr 2-0 für den 1. FC Kaiserslautland. Dann gab es noch ein Spiel in der 2. Bundesliga, wo der FC Kaiserslautland sich mit 3-1 durchsetzen konnte. Das letzte Spiel ging 3-3 aus, somit ein Unentschieden. Mal schauen was heute wird. Ich hoffe das wird gute Stimmung. Wie mit den Protesten kann man ja nie sagen wie lange es dauert das Spiel. Also viel Spaß und hoffen auf ein gutes Game. Wir sind jetzt beim Parkplatz vom Stadion angekommen. Wir gehen jetzt zum Stadion. Am Stadion werde ich vielleicht nicht so viel filmen, wo er mich direkt sieht. Und ich werde auch den Blog unten zensieren. Es hat aus dem Grund das Respekt zum Ultras, weil ich halt einfach weiß, dass die das nicht wollen. Deswegen werde ich auch das zensieren und so. Nur dass ihr so wisst, weil sie sich mit manchen Sachen vielleicht nachsprichwerfen, nur im Spiel sehen. Nur dass ihr so wisst. Bis dann. Wir gehen jetzt zum Stadion. Wir gehen jetzt zum Stadion. Boah, ein richtig cool Stadion bis 6-Ecke, ne 8-Ecke soll. So, die können wir jetzt mal aufmachen. Wir gehen jetzt natürlich später wieder. Bis dann. Und zwar der erste FCK liegt 1-0 in der Pause vorne. Auch verdient. Man muss klar sagen, es ist ganz verdient. Die spielen um einiges besser in der ersten Halbzeit. Aber was auch wichtig ist, heutzutage fürs Thema Fußball und so. Es gab wieder Proteste. Wie jeden Spieltag gibt es Proteste. Lauter Fans haben Tennisbälle auf das Spielfeld geworfen, um den Anstoß zu verzögern. Der FN hat eine Chore gemacht gegen Investoren. Dazu noch den Platz gestürmt, wie ihr auf dem Bildern hier auch noch sehen könnt, weil sie dann mit gegen den Investoren-Deal von der DFL protestieren wollen. Man kann da sagen, was man will. Man kann darüber diskutieren, wie man will. Das ist gar keine Frage. Man darf darüber diskutieren und sagen, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Das darf man komplett. Ich persönlich finde, dass es gerechtfertigt ist, weil das ganze Geld, was zu diesen Investoren alles kommt, ist auch großteils Blutgelder aus Katar und so. Was man nicht unterstützen sollte. Genau wie das ist mit den Investoren. Bestes Beispiel. 1860 München oder Austria Salzburg. Da kamen Investoren, der Verein. Die Vereine sind jetzt weit unten in den Ligen. So was darf nicht sein. Sobald der Investor keinen Bock mehr hat, ist der Verein tot oder komplett kaputt im Arsch. Das sollte nicht passieren. Oder ein Cup-Finale in Saudi-Arabien. Wann haben wir genau das Ding, das ein Cup-Finale in Saudi-Arabien ist, das spanische Cup-Finale. Das sollte nicht sein. Deswegen tue ich mich als Stadion-Vloger jetzt auch klar positionieren. Deswegen habe ich auch alle zensiert, weil ich einfach der Meinung bin. Ich achte darauf, dass die Leute nicht erkannt werden, weil die das nicht wollen. Weil ich das weiß, dass ich darauf achte. Deswegen bin ich auch klar dafür. Nein zu Investoren der DFL. Punkt. Weiter geht's mit der Halbzeit. Alles fliehen wir auf. So, wir sind jetzt im Auto. Und das Spiel. Erste Halbzeit gut. Zweite Halbzeit. Darüber reden wir jetzt vielleicht nicht. Wir fahren jetzt vielleicht noch ein Essen. Fängt doch an, wie sich das ergibt gerade. Und dann heim. Wenn nichts mehr passiert, dann ist jetzt Schluss. Wenn was passiert, seht ihr es ja sowieso vielleicht hier jetzt sonst. Wenn ich dann sage, ciao, ciao, bitte dann. Bye, bye.